Erztliche Nachricht Wir sind umsonst hier hintergelatscht Wir gehen zu Ali Gut, dass ich dort schon war und einen Schnellreisepunkt freigeschalten habe Da unten, der lässt sich feiern Weißt du, der Ali Ist einfach abgehauen aus dem Knast Und hat mich zurückgelassen Und lässt sich jetzt feiern? Er ist schon frech Okay, er wehnt mich immerhin Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben Komm Wie ich sehe, kennt ihr euch schon? Nur flüchtig Doch die Nacht ist jung Und es gibt viel zu besprechen Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt Unsere Mittel sind begrenzt Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst Später Teile dein Wissen über El Khul mit uns Dann kann Basim seine Arbeit tun Ja, ja, ja Eure Angelegenheiten vor den meinen Aber nur dieses Mal El Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen Wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll Aber er setzt nicht nur Gefangene ein Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter Sieht so aus, als hätte El Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann Mesut al-Jakob Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit Die meisten davon sind Perser Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern Bessi! Er spürte eine der Grabungen von El Khul auf Gab sich als Gefangener aus Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos Trotzdem haben die Wachen versucht Uns zum Schweigen zu bringen Ich spaltete einen Schädel und floh Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat Nicht nichts El Khul wird in der Karawanserei sein Ich hörte die Wachen davon sprechen Natürlich Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast Wenn Mesut Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten Dann wird er schwer zu übersehen sein Es ist Zeit, Basim Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können Doch dieser Tag gehört Basim Sieh es als Teil unserer Abmachung Basim Ich bin bereit Dann komm mit mir Ich denke mal die Quest jetzt mach ich noch Und dann muss ich glaube ich aufhören Weil ich hab noch nix gegessen Und Na Und so langsam Ich bin Hunger Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen Wird der Tod El Khuls gerecht sein Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt Und diese Gräueltaten werden weitergehen Denn El Khul ist nur ein Rädchen In einem größeren Getriebe der Zerstörung Solange dieses sich dreht Ist es das erklärte Ziel der Verborgenen Es zum Stillstand zu bringen Heute wirst du deine Hand Deine Klinge In den Dienst dieses Ziels stellen El Khul mag dein erstes Ziel sein Aber nicht dein letztes Daran glaube ich fest Und an dich Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts Und meiner harten Lektionen beeindruckt hast Die Präsenz des Ordens in Bagdad Und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut Solange du die Spitze unseres Speeres bist Ich habe vor, genau das zu bleiben Deiner Führung verbunden, Meisterin Ich habe vor, genau das zu bleiben Geschäftig wie ein Bienenstock Komm, fasse die Prüfung ins Auge Händler, Vieh, Karawanen von überall her Und ich dachte, El Anbars Märkte seien verworren Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos Und Chaos kann Gelegenheiten bieten Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun Sei bereit, aber geduldig Und vertraue deinem Gefühl Dort auf dem Balkon ist Mesut Genau wie von Ali beschrieben Ich sehe ihn Nun geh Benetze sie mit dem Blut des Gefällten Ich komme zu dir, wenn es getan ist Okay Du wählst deine Grausamkeiten gut versteckt, El Ruhl Weil du die Unbedeutenden wählst Deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben Auf deinen Wink gruben sie Durch deine Hand starben sie Und wurden wie Abfall weggeworfen Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei Um Fleisch Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen Eliminiere Al-Hul Al-Hul, der sich als Massoud Al-Yakoub herausgestellt hat Ist ein Mitglied des Ordens Das sich an den Verzweifelten und Machtlosen bereichert Und sie dazu zwingt, aus unbekannten Gründen in der Wüste zu graben Dies gelingt ihm unter anderem dadurch Dass er als bekannter Besitzer einer Seifenmühle In alter Stille Wanderarbeiter anwerben kann Die sich ihren Lebensunterhalt davon versprechen Diese Geschäfte wickelt er in der Karawanserei ab Suche nach Ableckungsmöglichkeiten Um Al-Hul herauszulocken Oh, jetzt brauche ich hier wieder diese komischen Marken, ne? Ich glaube, das ist der erste richtige Boss-Boss, ja? Also das ist das erste Mal, dass wir eine Feder bekommen haben Und diesen Federn bestätigen wir ja quasi dann den Tod Also, ja, das scheint der erste richtige Boss-Boss zu sein Und den versuchen wir jetzt gemeinsam Kriegt nur irgendwie das, was mir mein Vogel anzeigt, kriege ich nicht Ich habe halt meinen Vogel noch nicht gelevelt Deswegen ist das noch ein bisschen schwierig Sachen zu markieren Aber ich wollte meine Fertigkeitspunkte erst mal in mich stecken Statt in meinen Vogel Geheimer Eingang, aber da oben drüber stehen direkt drei Wachen Ich weiß jetzt nicht, wie lange der geheim bleibt Okay, wir haben hier einen Musiker Die Musiker können wir auch bestechen, dass sie uns helfen Indem sie die Wachen ablenken Ja, wir gehen jetzt einfach da rein Hallo Owen Damit habe ich vorhin auch angefangen Schrecklich Spiel doch nicht, was ich spiele Wie soll ich da zuschauen? Ich wünsche dir aber viel Spaß Bei dem Spiel Aber schön, dass du trotzdem kurz reingeschaut hast Ich war gerade ein bisschen abgelenkt vom Spiel Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Spiel Aber ich verstehe, dass du da jetzt nicht zuguckst Also ist das quasi dasselbe Spiel wie Teil 1 Nur mit anderen Charakteren So wie bei Far Cry, Call of Duty und so weiter Also der Teil ist definitiv mehr an Teil 1 angelehnt Ja Ähm Als die Teile, die es jetzt davor gab Ist halt ein bisschen moderner Aber im Grunde, ja klar Ist halt bei jeder Spielreihe hast du Parallelen So und so ist es halt bei Assassin's Creed auch Nur mit anderen Leuten halt immer wieder Wir gehen mal fragen Was uns hier für Ablehnungsmöglichkeiten angeboten werden Hat vorhin beim Gefängnis jetzt nicht so gut funktioniert Was dauert so lange? Ich weise Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig Meine Waren zu begutachten Also warte ich nun Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürzen Bereite dein Kamel vor Ich sehe, was ich tun kann Wenn ich diesen Händler zum Weg bringen kann Und wir sein plötzlicher Aufbruch Wenn das so weiter geht, sind wir morgen Abend noch hier Ach mir Weiß nicht, ob mich das jetzt so glücklich macht Nach dieser Möglichkeit Geht doch ins Wasser Das geht ja super los Wie soll ich den denn? Man kann sagen, wie soll ich den denn eliminieren, wenn ich hier unten im Wasser stecke? Ich habe noch kein Kettenattentat reigeschaltet Wieso laufen die denn zu zweit? Geh in Frieden Geh Geh mit Gott Aber geh Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wo genau diese Kiste jetzt sein soll Den Händler Da unten drinnen Was steht der denn jetzt auf? Boah, der sieht mich doch jetzt hier, oder? Was? Oder nicht? Hier werden wir schon mal ein bisschen aufgeräumt Da sind die zwei Die runtergehen Ach so, der hat eine andere Ablenkungsmöglichkeit Das könnte die Stimme von uns beidemacht sein Hat eine Besitzurkunde, die uns an Mesut bindet Falls er noch nicht bezahlt wurde Sollte er noch hier sein Wenn ich diese Männer von ihrer Pflicht befreie Bekommt Al-Ghul bald mit, dass sich seine Arbeitskräfte verflüchtigt haben Eigentlich dürfte mich doch hier niemand großartig suchen Eigentlich dürfte mich doch hier niemand großartig suchen Das denke ich jetzt falsch Eigentlich kann ich doch hier rumlaufen, wie ich mag Auf jeden Fall machen wir die Glocke kaputt Oh, nein! Oh, nein! Wuuuuuuuuu... Nicht in Spassa! Warum sind die jetzt vom Boot gefallen? Ja, die finden mich nicht. Ich glaub, die haben dich erkannt. Jaaaa. Ich glaube auch. Aber warum dürfen die anderen dort einfach rumstehen? Die haben doch auch nicht auf der Stirn stehen. Ich arbeite hier. So. Als ob die mich erkennen, dass ich nicht dazugehöre. Ich warte mal, bis das gelbe Auge da unter meinem Kompass weg ist. Bis die mich nicht mehr suchen. Was war denn das? Jetzt. Okay. Jetzt werde ich wieder gesucht. Warum? Haben sie eine neue Leiche gefunden? Das könnte vielleicht noch ein paar Mal vorkommen. Aber hier ist dein Internet jetzt stabil. Ich weiß nicht. Ich hatte heute morgen auch stabiles Internet. Also ich habe heute früh Speedtests gemacht. Die waren super. Ich weiß nicht, was das Problem war. What the fuck? Wie? Weil der auf mich drauf gesprungen ist? Echt jetzt? Wird's? hm ey Hi Vielen Dank.